ja ja war der amumu support wenn ich support bin na ja nein vielleicht irgendwer ja bitte amumu top ist nix amumu top ist gar nix bitte man von flash so spät besser später als nie in dem fall nicht die arschbombe habe ich solo counter dies das ja weißt du fickt er hier sein jasu um mich zu counter und stirbt zweimal ja er hat noch kick natürlich hat er noch kick ich hätte einmal nach rechts rauslaufen sollen was passiert habe ich denn auf einmal irgendwas waren das für kritze auch er hat mich hier glaube ich drei oder viermal hintereinander gekrittet ja 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 Was ist das? 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 Gg Gg Beautiful habe ich auch einbekommen nein nicht mal ein das macht mich aber sauer jungen das kann doch nicht wahr sein dass jetzt wirklich eine riven kommt so ein schlechter scherz probieren es mal experiment mal gegen riven zu spielen wir mal offen lassen schauen wir mal ich 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 Okay. Riven halt, ne, das hat nichts mit Riven zu tun Das hat mit der Unfähigkeit von dem Lee Sin zu tun, wie man einen Dive spielt Der kann dann einfach rausflashen und ich exekute sie Nein Er chillt dann noch 10 Jahre Nein, ist halt jetzt fucking Giga over Coinflips sind halt immer 50-50 Ja, das Problem ist, es war nicht mal ein Coinflip in der Situation eigentlich Der Dive war eigentlich super free Sie hat keinen Flash, alles Aber der Lee Sin hat halt Giga missplayed Der hat viel zu früh gequeued Warum keinen Riven-Button? Weil ich gerade ein bisschen Jace spielen will Und ich experimentiere herum, wie oft ich gegen eine Riven komme Wenn ich mir sie mal offen lasse Und Jace ist ganz cool gegen Riven, von daher ist das okay Sehr schön, Shutdown für Kasadin Der war da dann wirklich drin, da habe ich mich doch nicht gehört, dass ich den gesehen habe So, man haben ihn ready, ich verkauf mein Dorans Jetzt auf jeden Fall Serpent Fang Jetzt auf jeden Fall Jetzt auf jeden Fall Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017